Ich schreibe so, schreibe sie an, ich glaube da geht es raus, ja da geht es raus, da ist das Echo, da geht es raus. Das ist jetzt der nächste Auftrag, der ist da, so dann geht es wohl hier entlang. Was, die Farbe? Nein, nein die ist nicht, die ist nicht Neongrün, das ist Dänisch Streifen, das ist Dänisch Streifen. Nicht heute, ja heute, heute meine ich habe ich gekauft. Ja? Wir brauchen mehr Leute wie Sie. So, brauchen wir das? Na gut, wenn du das sagst, dann wird das so. Ja da liegt doch was, da liegt doch was. Da haben wir schon. 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 5 6 10 10 15 20 15 20 Ja, zum Safehouse zurückkehren. Ja, wir haben mehr oder weniger täglich Dauerregensteine. Hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt müssen wir halt warten, bis er kommt. Ja, kannst du gerne machen. Da war noch mal ein kritischer Suchen- und Zerstören-Auftrag. Den E3-Trailer, den hast du ja auf der letzten Internetseite schon gehabt, Steine. Mal gucken, ob das der gleiche Trailer ist. Heute wurde die Erde von einem außerirdischen Raumschiff angegriffen. Nach oben. Oh, in 3D. Guck mal. Das ist der gleiche Trailer. Ja, das ist der gleiche Trailer. Nee. Ja, das ist der gleiche Trailer. Wie Inboard. Wie Inboard. Ja, ja. Das soll vorkommen, dass man dann... Das soll vorkommen, dass man dann neue Grafikkarte braucht. Ja, ja. 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 Da freut Steine. Sarge kann schon gar nicht mehr schlafen. Da freut Steine. 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 Das ist ja eh kein vernünftiges Spiel heute. Das gestrige hätte man sich auch sparen können. So viel Holz ist das auch nicht. Sieben Stück. Ach Gottchen. So viel Holz ist das auch nicht. Das ist der kritische Buchauftrag. Ja, nur gelb. Ja, nur gelb. Ja. 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 Aber du, aber ich nicht. Nee, vorher habe ich keine Zeit gehabt. Mensch ist der lang. Ja. 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 Ja, jetzt ist das auch nicht gelaufen. habe ich mir eine Packung Dickmanns, sage ich mir nicht. Steckt gerade auch groß, die Großen. Steckt groß auf der Packung, der Innenteil der Verpackung. Auf der Innenseite finde ich einen Code, damit ich meinen Vorrat gewinnen kann. Einen Vorrat von Dickmanns. Zwölf Packungen. Da ist kein Code drin. Das ist kein Code drin.